Musik Moin und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Wir machen heute richtig leckere Beef Ribs im Asia-Style und wenn du wissen möchtest, wie man die macht. Bleibst du am besten dran und guckst das Video bis zum Schluss. Und sollst du noch kein Abonnent dieses Kanals sein, klick doch gerne unten auf Abonnieren und abonniere den Kanal. Vergiss auch nicht die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du auch nichts mehr, wenn es etwas Neues gibt. Und unser Monolith, der wird jetzt vorbereitet auf indirekte Hitze und dann können wir mit den Vorbereitungen beginnen. Und da gibt es natürlich so ein paar Dinge zu erledigen. Und als erstes haben wir hier wunderschöne Beef Ribs mit einer unglaublich großartigen Marmorierung. Das sind jetzt Beef Ribs vom Ochsen, ansonsten kannst du auch welche von der Ferse nehmen. Wichtig ist aber, dass du die Silberhaut auf der Rückseite abziehst. Und mancher sagt, die kann man gar nicht abziehen, aber wie du hier siehst, wenn man da mit einem Löffel arbeitet und auch ein bisschen Kraft reinsteckt, dann kriegt man die Silberhaut wunderbar abgezogen. Und wenn das mal irgendwo hängen solltest, dann scheu dich auch nicht, ein Messerchen zu nehmen. Und nun können wir das Ganze salzen. Auch von der Oberseite war es ja schon gesalzen, aber jetzt auch von der Unterseite salzen. Und dann noch ein paar Gewürze, keine Angst, ist komplett überschaubar. Denn nach dem Salz folgt einfach grob geschroteter, bunter Pfeffer. Und nach dem Pfeffer meine Allround-Geheimwaffe, nämlich Majoran. Majoran kann man grundsätzlich, also mittlerweile zu so ziemlich allem machen, was mit Rind zu tun hat. Und jetzt war ich kurz aufgrund des Nachbarhundes, den ich vorher gar nicht gehört habe, ein bisschen irritiert. Und also, Majoran ordentlich da dran, sei da nicht sparsam. Und um da ganz jetzt Asia-Rips rauszumachen, werden wir noch eine kleine Marinade herstellen. Das wird jetzt zum Schluss draufgegeben, also du brauchst es nicht einlegen oder so. Aber die Marinade, die können wir schon mal vorbereiten, denn dann kann sie nämlich ordentlich durchziehen. Gibt dem Ganzen ein bisschen Zeit. Und nachdem wir zwei Knoblauchzehen geschält haben, kommt jetzt eine rote Zwiebel. Und ich weiß nicht, ob du das schon weißt, aber bei einer roten Zwiebel, da musst du erst oben und unten einmal abschneiden. Und dann die Schale, beziehungsweise die äußere Haut entfernen. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du die Zwiebel weiterverarbeiten. Und ich finde es immer unglaublich wichtig, dass man sowas auch mal zwischendurch zeigt. Dementsprechend einfach die Zwiebel in der Mitte durchschneiden. Dann von oben nach unten einschneiden. Und wenn du das getan hast, hast du feine Zwiebelwürfelchen. Du könntest jetzt natürlich auch Halbringe schneiden oder Ringe schneiden. Ganz wie dir das gefällt. Und das Ganze braucht auch nicht unglaublich fein sein, sondern es reicht, wenn du da ein paar grobe Zwiebelwürfelchen hast. Denn die sorgen dann hinterher halt eben für das Aroma, was wir haben wollen. Da brauchst du auch nicht mit irgendwelchem Zwiebelpulver oder sowas zu arbeiten. Und Aroma ist ein schönes Stichwort, denn nun haben wir Knoblauch. Und du siehst, ich hacke den Knoblauch einfach ganz grob runter. Da brauchst du jetzt gar nicht großartig irgendwie dir Mühe geben oder so. Hauptsache, der Knoblauch ist ein bisschen grob gehackt. Wenn man dann nämlich später drauf beißt, darf man ruhig den Knoblauch noch ein bisschen schmecken. Beides zusammen kommt nun in eine Schale. Und dann kommen noch ein paar flüssige Komponenten hinzu. Aber das genaue Rezept, das findest du immer wie immer am Ende vom Video. Oder der Travis, der schreibt es in die Kommentare. Und nach einem ordentlichen Schuss Soja und Heusin-Soße schmecken wir das Ganze noch ein bisschen ab mit Merin. Ja, kriegst du alles in einem gut sortierten Asia-Laden oder im Zweifelsfall online irgendwo bestellen. Was du aber auf jeden Fall in jedem gut sortierten Supermarkt bekommst, ist das hier, nämlich Honig. Und nicht sparsam sein, da darf ruhig ein bisschen Süße dran. Dann dementsprechend Honig hinzufügen und für so eine leicht bittere und besondere Note ein bisschen Sesammus. Das kaufe ich übrigens immer im türkischen Supermarkt. Da ist, ja, Preis-Leistung einfach, was dieses Sesammus angeht, am besten. Und dann rührst du das Ganze ordentlich durch und deine Marinade ist auch schon fertig. Und wir können am Grill weitermachen. Denn dort müssen jetzt erstmal ein paar Räucherchips drauf. Was du da nimmst, bleibt ganz dir überlassen. Ich wollte jetzt den leichten Rauch haben. Dementsprechend habe ich mich für Apfelchips entschieden. Wenn du es ein bisschen kräftiger magst, dann kannst du auch Buchenchips nehmen. Und wenn du es noch kräftiger magst, dann kann ich dir Hickorychips empfehlen. Und nun den Deflektorstein da drauf packen, damit die Rips wirklich nur im indirekten Bereich liegen. Und natürlich das Rost einlegen. Und du siehst, das qualmt jetzt schon so richtig schön. Und genau das wollen wir natürlich auch haben. Dementsprechend einfach die Rips auf den Grill legen. Und für einen so einen Strang ist dieser kleine Grill echt schon gemacht. Und nun heißt es, den Deckel schließen und unsere Rips garen. Und zwar erstmal für mindestens 5 Stunden. Und in den 5 Stunden, da reicht es auch, wenn das so die erste halbe, dreiviertel Stunde qualmt. Du kannst gerne noch ein bisschen Holzchips nachlegen, wenn dir das nicht genug Rauch ist. Aber es muss jetzt nicht die ganzen 5 Stunden durchqualmen. Und nach den 5 Stunden, so bei 110 bis 130 Grad, sollte das Ganze schon so aussehen. Und du siehst, die haben sich schon ordentlich zurückgezogen. Das sieht jetzt in der Kameraperspektive ein bisschen schlimmer aus, als es tatsächlich ist. Die Knochen, die könnte man jetzt schon fast rausziehen. Aber so ein bisschen Biss haben sie noch. Und um da jetzt das letzte bisschen rauszuholen, wird das Ganze mit unserer asiatischen Marinade beträufelt. Und dann lässt du die Rips einfach nochmal eine gute Stunde drin. Wenn du noch ein bisschen mehr Geschmack von der Marinade haben möchtest, kannst du nach einer halben Stunde nochmal die Marinade drüber träufeln. Und dann sind deine Rips auch schon fertig. Gut, schon gebe ich jetzt zu. Es dauert ein bisschen. Aber das Ergebnis am Ende lohnt sich. Du kannst nämlich dann die Knochen einfach unten rausziehen und hast wunderbare, super zarte Beef Rips. Und der Geschmack in dem Fall, weil normalerweise esse ich tatsächlich gar nicht so gerne Beef Rips. Aber in Verbindung mit dieser asiatischen Marinade ist das echt unfassbar lecker. Und in der Mitte, das ist alles super weich geworden. Man kann die Beef Rips jetzt einfach nehmen und kauen. Dadurch, dass wir sie nicht gedämpft haben, zerfallen sie nicht sofort. Aber sie sind super zart und schmecken unglaublich lecker. Und ich habe das Ganze zusammen mit dem Daniel von der Odenwälder Feuerküche verfilmt. Dementsprechend schau gerne auch mal auf seinem Kanal. Und ich kann dir echt empfehlen, diese Beef Rips unbedingt mal nachzumachen. Und wenn du weitere einfache Rezepte rund um den Grill suchst, dann kann ich dir unser Buch Die Wahrheit liegt auf dem Grill empfehlen. Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Der Titel ist zwar ein bisschen blöd, aber die Rezepte da drin sind umso großartiger. Ja, jetzt bekommst du natürlich von mir noch das Rezept. Und dann bedanke ich mich sehr bei dir fürs Zuschauen. Wünsche dir eine schöne Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Wochen wieder. Hinterlass mir gerne einen freundlichen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.